Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer-Podcast vom Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu unserer neuesten Ausgabe von Die Oma wird nicht geschubst, unser Eberhofer-Podcast. Wir sind beim Lebercast-Junkie angekommen. Und mit wir meine ich nicht nur mich, ich meine auch Katharina und Theresia. Hallo jetzt. Hallo, hallo. Servus. Uns geht's gut. Ich hoffe, euch da draußen geht es auch gut. Ich habe eine wohlige Vermeldung zu machen. Und zwar Lebercast-Junkie gibt es noch bis zum April nächsten Jahres im hessischen Rundfunk in der Mediathek. Also das heißt, ihr könnt den echt jetzt gucken, weil davor die Filme waren ja gerade immer irgendwie raus aus den Mediatheken oder auch komplett raus bei Netflix. Das heißt, wenn ihr euch für den Lebercast-Junkie interessiert, hessischer Rundfunk-Mediathek, da gibt es ihn, wie gesagt, glaube ich, noch bis Ende April 2024, wie mir jetzt gesagt worden ist. Und da habe ich ihn auch jetzt nochmal zur Auffrischung gesehen. Ja, ich habe auch ganz bravig, wir sind für den Podcast. Das auf jeden Fall. Bevor wir einsteigen, ich hätte eine Frage. Beim letzten Mal habe ich auch eine Frage gestellt von der Hörerschaft. Jetzt kommt eine neue Frage. Wer wäre euch als Kumpel lieber? Birkenberger oder Franz Eberhofer? Kann ich Ludwig und Eberhofer? Nein, Ludwig ist ein Hund und Achtung, Spoiler, Ludwig ist tot. Ja, noch nicht. Also dort in Irgendwo Grad lebe ich Ludwig noch nicht tot, weil in Lebercast-Junkie lebt ja noch. Aber trotzdem, du musst dich entscheiden zwischen Birkenberger und Eberhofer. Wahrscheinlich der Eberhofer. Bei knapp bei mir auch, weil so sehr ich einen Birkenberger mag, aber manchmal ist er mir echt ein bisschen zu weinerlich. Ja, ja, ja. Machen wir das immer zu aufdringlich und zu weird. Ich weiß auch nicht. Zu sehr Drama-Queen. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ich würde auch tatsächlich den Eberhofer nehmen. Ich glaube einfach, mit dem kann man mehr Spaß haben. Wir haben ja beim letzten Podcast schon festgestellt, dass man den Birkenberger auch nie so wirklich dann sieht, wenn Eberhofer mal mit seinen, in Anführungszeichen, echten Freunden Spaß hat. Stimmt. Das ist mehr so eine Arbeitsfreundschaft als eine Freizeitfreundschaft. Und dann Eberhofer kommt die Oberhaltungpaket mit und die kann ja gut kochen. Das stimmt. Perfekter Punkt. Ja, das ist das Torschlag-Argument. Oma ist, ja stimmt, okay, okay, dann müssen wir gar nicht mehr darüber diskutieren oder das ist, nee, stimmt. Beim Papierhofer gibt es einen Nachtisch. Okay. Genau. Ja, dann können wir, glaube ich, direkt mal starten und wir starten unsere Besprechung zu dem Leberkäs-Junkie mit der Synopsis erneut und wie immer vorgetragen von der wundervollen Anna. Leberkäs-Junkie. Schluss mit dem Leberkäs. Desmal hat's der Eberhofer mit dem schlimmsten Widersacher zum Tor. Cholesterin. Vor der Oma gibt's jetzt nur noch was Gesundes zum Essen. Neben den Leberkäs-Entzugserscheinungen hat er den brutalsten Schlafmangel und stinkende Windeln. Denn sei halb Ex-Freundin Susi hat den Franz verpflichtet für Zeitl. Punkt, 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 Punkt. Vielen Dank für diese wunderschöne Synopsis. Als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, ist mir etwas aufgefallen. Und zwar, es geht ja darum, dass Eberhofer Probleme mit dem Cholesterin hat. Und wenn ich bedenke, dass das jetzt, glaube ich, der fünfte Film ist, fällt Ihnen das echt recht spät auf, dass der sechste? Ja. Gut, dass du mich auskennst mit deinem Podcast, wo du machst, finde ich super. Ja, und trotzdem machst du mit. Ja, wenn man zwungen wieder zu, dann hat man keine andere Wahl. Also, es ist der sechste Eberhofer-Film und erst beim sechsten Film wird so einigermaßen so ein bisschen thematisiert, würde ich sagen, dass der Franz sich relativ ungesund ernährt. Hauptsächlich nämlich von Leberkäs und was die Oma ihm sonst noch so kredenzt. Und da ist mir aufgefallen, also der Sebastian Betzel, der den Eberhofer spielt, der ist schon etwas breiter, aber ich finde, bei so ein paar Sachen, wenn es zum Thema Gesundheit geht und dass er nicht mehr so richtig kann, finde ich, wirkt er mir zumindest noch ein bisschen zu fit. Ging euch das auch so? Oder hat das für euch gepasst? Meinst du jetzt, wie er spielt oder wie es ja nicht so du und so aussehen ist? Beides, beides. Also, bei mir war es mehr die Statur. Er hat ein paar Pfund zu viel, würde ich sagen, aber man muss ja, also, das im Roman, das wird Therese mir bestätigen können, da ist es ja so, dass Eberhofer wirklich nicht gerade voll schlank ist. Und der Betzel ist ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen bulliger vielleicht, nicht dick, aber bulliger. Aber gerade bei so Szenen, wenn er halt eben rennen muss, finde ich, merkt man, dass er von der Statur her nicht wirklich zu dem passt, was ihm vorgeworfen wird, nämlich, ich, dass er zu holen konnte, dass er den Spiegel hat. Ja, aber ich finde, spätestens, wenn er versucht, die Züme seiner Schulter einzurammen, ist das eine Illusion auch dahin. Ja, ich habe halt schon auch das Gefühl, dass er zumindest in dem Film schon etwas völliger aussah, als wie bisher. Klar, also ich glaube, so wie es im Bogen ist, da ist es schon noch deutlich mehr. Aber nee, ich finde, es passt schon so. Ich meine, es schaut ja wirklich schlecht aus dann zum Teil. Und es wurde halt immer gerne in den Filmen gegessen, aber hier ist es ja wirklich ein ziemliches Schlingen. Und ich habe mir immer gedacht, wo ich das auch geschaut habe. Und immer, wenn es ums Essen ging, habe ich gedacht, irgendwie ist mir jetzt schlecht. Ja, also ich esse normalerweise viel beim Filmschauen, also zum Mittag oder so. Aber bei lieber Karstschank, habe ich gewusst, dabei kann ich auch nicht Mittagessen, auch wenn ich kein Fleisch esse. Aber das, auch dieses, das mit dem Praliner und nicht alles, das muss ich ohne Essen schauen, weil sonst kann ich mein Essen stehen lassen, glaube ich. Ja, aber, also ich greife mal vorweg, aber in den nächsten Teilen ist das doch nie wirklich richtiges Thema wieder, dass er sich gesünder ernähren muss. Ja, so wie Agnes, die wir letztes Mal festgestellt haben, oder? Ja. Das ist keine Durchgehung. Also, tatsächlich, nee, bitte. Wie kann ich sagen, das ist keine Durchgehigkeit. Genauso wie mit der Freundschaft von Papa Evo, von Moracek, die dann auch nachher nie wieder vorkommt. Also es gibt halt ein paar Themen, die dann für den Ohrenaufruf aufgegriffen werden, aber eben danach nicht wirklich wieder eine Rolle spielen. Obwohl, eine Sache muss ich sagen, wir haben beim letzten Mal eben gehabt, dass da Evo von nach München versetzt wird und dann wieder zurückkommt, weil er ja den Mordfall bei der OPA vom Bürgermeister aufklärt. Und in dem Film wird das ganz, ganz kurz am Anfang angesprochen, wie der Evo vom Tatort kommt und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, welches das war, aber das sagt der Bürgermeister auch so. Ja, irgendwie so, vergessen Sie nicht, du willst es nicht, du willst es nicht, oder irgend so was. Ja, aber da muss ich sagen, das hat mich nicht verärgert, aber das fand ich sehr inkonsequent, denn eigentlich hat der, genau, weil, also es klingt halt so, als ob der Bürgermeister den Eberhofer in der Hand hat, aber eigentlich ist der genau andersrum. Aber der Eberhofer weiß das auch und der braucht sich dann auch nicht der Öffentlichkeit zu streiten, weil er weiß, wenn die Scheiße im Dampf messen, kann er immer noch sein As im Ärmel spielen und sagen, hey, also, weißt du, wenn ich will, kann ich dann die ganze Familie degradieren und dann wissen alle, warum ich wieder da bin. Tatsächlich habe ich mir die Szene, also hier in meinen Notizen sogar markiert aufgeschrieben und wie gesagt, ich fand es jetzt nicht ärgerlich, aber irgendwie, da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, das ist so diese Kohärenz oder diese fehlende Kohärenz, die diese Reihe durchzieht. Und es gibt ein paar Sachen, die behalten sie sich bei, eines davon wäre zum Beispiel Eva Mattes als die Mooshammer, die jetzt hier in diesem Film ja ihren ganz großen Auftritt hat und die dann in den nächsten Filmen auch immer wieder Teil der Besetzung ist, aber gerade das mit dem Bürgermeister, weil das ist, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber das ist nicht mein Eberhofer. Mein Eberhofer hätte dem einfach mal ganz kurz gesagt, ey Junge, ich möchte nicht sagen, ich sage nur ein Wort Au-pair und dann würde der Bürgermeister wissen, was Phase ist und dass er dann mal besser den Ball flach halten soll, weil so wirkt es, also ich glaube, wenn du die Vorgänger nicht gesehen hast, wirkt das halt wirklich so danach, als ob der Bürgermeister ihn in der Hand hat. Das stimmt, ja. Das ist es ja nicht, ne. Aber wir wissen ja die Wahrheit, das ist genug, oder? Ja. Hört, die Oma wird nicht geschubst, hier erfahrt ihr die Wahrheit und die ganze Wahrheit. Genau. So sieht es nämlich. Wir lassen uns nicht vorstellen, was sie sagen haben. Ganz genau, ja. Wir sind ehrlich zu uns und zu unseren Fans und Zuhörern und Zuhörerinnen. Genau, zu allen dreien. Ja. Wunderbar. Nein, das war meine Mama. Hallo. Hallo, Frau Sommer. Nein, nicht ganz, aber. Gut. Trotzdem liebe Grüße nach wahrscheinlich Österreich. Ja, das schon. Ja, gut. Wollen wir uns mal der Kriminalistik widmen? Immer doch. Tatort. Niederkaltenkirchen. Es wird kriminell mal wieder. Ja, in Niederkaltenkirchen und Umgebung. Und damit ist nicht nur die Markenschleimhaut von Franz Eberhofer gemeint. Oh, das ist gut. Sondern wir haben natürlich... Was? Nein, alles gut. Diese Vorstellung. Manche hat genug zu verarbeiten mit dem Mikrofon, was du in der Theresien Wohnung tappst. Ja, also, wir haben wieder einen Mordfall. Diesmal, diesmal trifft es eine Untermieterin, die bei der Mooshammerin wohnt und sich die Mietwohnung teilt mit dem Hussballer Buengo. Die gute Frau heißt Saskia und kommt aus München und stirbt bei einem Brand. Und das ist wieder so eine richtig schöne Eberhofer-Szene. Wenn du eine Figur erklären musst, würde ich sagen, Eberhofer, guck dir diese Szene an, du weißt, wer Eberhofer ist. Denn Eberhofer sitzt beim Frühstück. Ben! Und ich finde, das Wort Schling bekommt eine ganz neue Bedeutung, wenn man ihn beim Frühstück sieht. Er ist so die erste Szene, wo ich etwas Übelkeit verspürte, weil es war wirklich schlimm. Ja, da kommen wir dann, würde ich sagen, gleich bei Schmackhoferz drauf. Und es kommt ein Anruf, es heißt, ja, da brennt's. Und ich hätte jetzt gedacht, dass jeder gute Apothekist sagen wird, oh, ich muss los. Ich muss zum Brandort. Nicht so Franz Eberhofer. Der wird seinem Frühstück treu, gerade wenn man das Gefühl drittes Spiegel-Ei gerade eben von der Pfanne bekommen hat. Und das ist so eine typische Eberhofer-Szene. Also das ist so, ich glaube, diese Szene existiert aus zwei Gründen. Erstens, weil sie lustig ist. Und zweitens, weil es wahrscheinlich immer noch Leute gibt, die noch keinen Film gesehen haben und nicht wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Und in dieser Szene bringst du die Figur halt perfekt. Und drittens, wegen dem Cholesterin-Spiel. Du musst auch noch den Gag erklären. Der Gag ist ja, dass er sagt, wenn ich bin Polizist für Branden, bin ich nicht zuständig. Ja, und weißt du was? Als ich es mir gestern oder vorgestern nochmal angeguckt habe und mit dem Film dachte ich mir, ja, recht hat er irgendwie schon. Irgendwo hat er ja auch recht, weil er früher dann blöd rumsteht, wenn er da unten steht und dann halt im Weg steht. Ja, was soll er machen? Feuerlöschen darf er oder kann er eh nicht. Und dann nur Arbeitszeit die Gemeinde zahlen muss. Tja, aber er kommt dann noch zum Brand, weil es gibt eben auch eine Leiche und das ist halt eben diese Saskia aus München. Und dann beginnt natürlich das Ermitteln. Wobei ich glaube, ein noch größeres Verbrechen als der Mord ist, dass die Oma Eberhofer zur Mooshammer-Liesel sagt, komm, das war dein Haus, dann zieh halt bei uns ein, die Zeit, wo du halt kein Haus hast. Wo der Oma halt eine verdammt gute Seele ist und der Papa Eberhofer vor die Knie fällt auf ihr und sie anbettet, sie nicht aufzunehmen. Weil sie anscheinend gibt es da Familien, keine Ahnung, keine Ahnung. Er kommt mehr so, wie die Mooshammer-Liesel bei dir wohnen, aber da kann ich mal schöneres Wort sein. Ja, ja, also definitiv, ich verstehe den Papa Eberhofer auch. Nachdem ich sie dann gesehen habe, wie sie bei ihnen wohnt, war mir auch bewusst, warum er nicht will, dass sie bei ihnen wohnt. Ja, also da Kudos an die Darstellung, Eva Mattes, die spielt die halt wirklich richtig gut und die hat auch so was, echt so was Widerliches an sich. Ich muss sagen, das Widerlichste, was Eva Mattes als Mooshammer-Liesel-G gezeigt hat, sieht man im Rera-Gur-Rundevoo. Da ist sie ein Hühnchen, also das komplette Hühnchen. Das ist wirklich eine Szene, die, die finde ich, glaube ich, essenstechnisch am schlimmsten aus der ganzen Eberhofer-Reihe. Aber die macht das schon echt gut. Und ich finde das Besondere bei der Mooshammer-Liesel, die wirkt halt zum einen wie so eine richtig urige Bayerin, hat aber auch so was Althippie, Alt-68er an sich. Trotz allem hat sie so was, auch immer noch so was Provinzielles. Es ist ganz seltsam, diese Figur. Ich finde sie sehr interessant, aber es ist auch eine Figur, wo ich sage, boah, die brauche ich nicht bei mir im Bekannten. Ja, sie sind so was Spirituelles irgendwie. So, ja, please love und so, aber trotzdem irgendwie dieses, nach außen her irgendwie so ja dieses Spirituelle, wow, schwieriges Wort. Und dann, wenn man sie aber näher kennt, der du dann halt bei den Eberhofers und so siehst, trotzdem irgendwie so eine richtig ekelhafte, schleimige Art, die so gar nicht dazu passt, wie sie sich manchmal gibt. Naja, es ist echt schwierig, also ich war inhaltlich, truth, sehr viele Charakterzüge und sehr komisches auch. Also ich bin auch, also ich finde die Schauspielerin einmal wahnsinnig gut, wie sie es macht, aber ich denke mal da, nee, also dich müsste ich jetzt auch nicht wirklich in meinem Bekanntenkreis haben. Ich glaube, darüber brauche ich Streit, dann wollen die alle nicht in unserem Bekanntenkreis haben, weil das ist, oder also schon gar nicht mit ihr zusammenwohnen, weil das ist echt, glaube ich, Streit und eher davor programmieren. Und das hatte ich keinen Bock. Also gerade du, liebe Katharina, als Vegetarierin, hast mit der, glaube ich, echt eine Menge Spaß zu haben, weil die ist ja wirklich eine Carnivore durch und durch, die ja selbst sogar das Essen auslässt, nur weil es kein Fleisch gibt. Also es ist wirklich so eine Figur, die tut so, als wäre sie, rettet die Erde und Peace and Harmony, aber weh, es kommt kein Fleisch auf den Weg. Ja, genau, das meine ich ja, so dieses Gesetz, auf der einen Seite ist es so, ja, alle sind frei, keine Ahnung, auf der anderen Seite ist es so, wenn es kein Fleisch gibt, dann streike ich. Und das Positive daran ist ja an ihrer, ich sag mal so, sie ist ja schon nicht besonders sympathisch und dadurch ist sie halt eine sehr gute Verdächtige. Also nicht nur, weil ihr die Wohnung gehört, sie ist ja verdächtig, sondern einfach, weil ihr Charakter einfach sowas aussagt, so nach dem Motto, mit der musst du aufpassen, die würde dich wahrscheinlich auch für eine Schlachtgeprallin umbringen. Deswegen ist das, ist die Mooshammer-Lise, der als Verdächtige, und das wird sie ja in dem Konnen-Film noch ein, zweimal werden, sehr gut, oder sagen wir es besser, funktionell. Ich muss auch sagen, ich greife vorweg, ich fand den gesamten Kriminalfall in dem Film jetzt auch nicht so überragend. Wie war es bei euch? Nee, ich auch nicht. Also es ist halt, ja, Brandleiche, dann mal dort, wer verdächtigt, da wer verdächtigt und am Schluss das halt irgendwie... Also sagen wir es mal so, ich finde, wie sie die Aufmerksamkeit gefunden haben, das fand ich irgendwie sehr einfach und sehr leicht irgendwie. Das fand ich irgendwie, das war nicht großartig ermittelt. Per se dann so den Hintergrund zu dem Mordfall und die Geschichte da drumherum, die Personen, die es dann betrifft, fand ich schon irgendwie interessant. Ja, also tatsächlich, die Nebenfiguren sind hier, ich wiederhole mich, viele, wie in den letzten Teilen auch, aber hier hast du halt wirklich nochmal so viel mehr. Da werden wir gleich auch bei der Nebenfigur-Kategorie drüber reden. Aber wenn man das runterbricht auf den Kriminalfall an sich, gebe ich gerade hier auch komplett recht, das ist, da ist nix. Also auch die Auflösung, im Prinzip kann man sich ja auch sagen, okay, sie fragen die Leute zwei, drei Mal, dann sagt einer, ja, die war es, dann gehen sie da hin, ah ja, er war es und dann war es das. Das Einzige, was mich ein bisschen überrascht hat beim Kriminalfall, und ich warne hier nochmal, das ist ein Spoiler-Cast, ist halt, dass der Mörder, gespielt von Robert Stadlober, ja seinen Geliebten auch noch mit dem Wolfspieler erscheint. Ja, nee, hab ich aufsucht. Sorry, Robert Stadlober ist ja ein Mörder, aber er ist nicht der Einzige. Ja, aber er ist der Einzige, die übrig bleibt. Ja, weil er Versager ist. Suizidversager. Bestes Wort. Dass er da dann auch noch seinen, also seinen Geliebten umbringt, da war ich auch so, okay, das ist schon ein bisschen Überreaktion, keine Ahnung, ich meine, ja, gleiche für gleiche Bebeugner, also warum denn nicht? Ja, 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 schon, aber das, also, er hat aus der ganzen Sache auch einfach unschuldig ausgehen können, also fast unschuldig, er hat seinen Mann betrogen, okay, aber jetzt im Sinne von Gefängnisstrafe unschuldig rausgehen können, aber muss er entscheiden, um seinen Mann zu durchschlagen. Das ist halt nicht das Wahre. Aber ganz ehrlich, wenn vor dir ein wild gewordener Eberhofer steht, mit dem wir so einem Elektroschlag-Stock-Milie spielen. Ja, Birkenberger, ja. Birkenberger, ja. Birkenberger, ja, pass auf, ein... Genau, also ein Birkenberger, also wie gesagt, da steht ein Birkenberger vor dir und fuchtelt wie so ein wild gewordener, möchtige Ninja mit seinem Taser auch umher, da wäre ich auch aggressiv. Die Aggression musst du halt irgendwo auch loslassen, ne? Ja, und dann stimmst du den Taser mit den Achseln und gibst dir selber einen Schobel, das war's dann. Ja, das, äh, typisch Birkenberger. Ja, das habe ich auch aufgeschrieben, dass der Rudi sein Taser nicht so ganz klar kommen. Also der soll sich für die andere Waffe suchen, weil der Taser ist wahrscheinlich nichts für ihn. Vielleicht hat er wieder den Handraubsauger nehmen aus dem Dungeon-Rudel-Blues, der hat funktioniert. Wobei, ähm, der Kriminalfall an sich ist, wie gesagt, nicht so dolle. Es ist ja auch keine Enttäuschung. Wir haben ja schon festgestellt, wenn man's ehrlich ist, Kriminalfälle waren noch nie so das, ja, die Kernkompetenz der Reihe. Ähm, aber hier merkt man wieder, dass hier halt auch viele Figuren einfach nur hinzufügen oder Verdächtige hinzufügen, um halt eben noch ein paar Nebenstorys zu haben. Insbesondere jetzt hier auch die Mutter des Opfers, äh, Anitia Dobra als Frau Grimm in Liesig-Eberhofer-Senior. Äh, da entspannt sich jeder bei jedem an in dem Film. Da Flötzinge bei der Mooshammerin, da Birkenberger bei der Könnerin, da Papa eben bei der Verdächtigen, äh, bei der Mutter. Und, äh, ja, nur zwischen, ähm, Eberhofer und Dostuse ist es nicht ganz so viele Freunde, Eierkuchen. Die sind aber auch selbst schuldig. Ja, natürlich. Also, ich meine, es hat mir jetzt ein Cast sagen, ich habe absolut kein Mitleid mit dem Eberhofer, der Dostuse stehen lässt, weil er Arzt wird hier hinten selbst. Ja, ähm, ich muss aber wieder auch sagen, ähm, diese ganzen Nebengeschichten, die da irgendwie eingewebt worden sind, äh, mal elegant, mal sehr grob, äh, ist okay, aber ich würde mich halt, ich glaube tatsächlich, wenn du mir einen Eberhofer-Film gibst, wo es keinen Kriminalfall gibt, sondern einfach nur so, sagen wir mal, 48 Stunden in der Kaltenkirche in der Alltagswahnsinn, würde mich das, glaube ich, auch zufriedenstellen. Ich glaube tatsächlich, ich bräuchte nicht zwingend einen Mordfall oder allgemeinen Kriminalfall. Wie ist es bei euch? Äh, ich finde, also, ich finde schon gut, dass es dieses Überkonstrukt gibt, dass mal was passiert, weil ich glaube, nur die ganze Zeit, weil wir es nicht immer sonst machen, es wird die ganze Zeit beim, ähm, wird es abhängen und sich mit der Suche streiten oder so. Also, ich finde schon gut, dass es dieses Überkonstrukt vom Kriminalfall gibt. Und sonst wäre der Eberhofer auch nicht der Eberhofer oder kein Polizist. Ja, und du hättest, und dann würde was fehlen in seiner Persönlichkeit. Und ich glaube, das wäre dann nicht ganz so lustig und wir hätten nicht so den Spaß damit überjetzt haben. Und du hättest dann wahrscheinlich auch keinen Günther und keinen Rudi. Ja, genau, außerdem. Ja gut, dann finden sie halt auch irgendwie unterwegs eine Leiche und dann so, ah, nee, hier, hier hat sich jemand gemeldet, hat sich gestanden, okay, gut. Aber es macht ja auch, es macht ja auch was aus, den Eberhofer beim Ermitteln zu sehen, im Eberhofer zu sehen, wie man Rudi zusammenarbeitet, wie er so gar keinen Bock drauf hat, wie er dann mit der, also auch in München mit seinem, mit der Film Lissi da interagiert hat, wie er mit dem Moracek interagiert, wie er mit dem Bürgermeister interagiert. Das macht ja schon alles, die Person Eberhofer und die Eberhofer-Filme auch aus, dass man das auch sieht, wie er da sich mehr, schlechter als recht, zumindest von der Laune her, durch seinen Alltag quält und dann eben seine Leberkasse haben zu essen zum Beispiel. Das stimmt, seine Leberkasse. Wie gesagt, bei der Kulinarik, da gibt es halt viel zu erzählen. Das ist ein schwieriges Thema bei dem Film, gell? Ja, okay. Ich würde jetzt aber gerne die Kriminalistik in Niederkartenkirchen mal jetzt beenden, weil so viel gibt es halt eben nicht und gerne zu den Nebenfiguren kommen, wenn es okay für euch ist. Ja, wir haben absolut nicht darüber geredet, wer noch alles verdächtigt worden ist, aber ich glaube, ist es auch scheißegal, oder? Kommt jetzt. Ja, Buengo halt, aber... Gut. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Nebenfiguren. Der Rudi und der ganze andere Haufen. Ja, die Nebenfiguren, der Rudi und der ganze andere Haufen und dieser Haufen ist groß, der ist sehr groß. Ich glaube, alle Nebenfiguren aufgestapelt würden fast so groß sein, wie die Zugspitze, aber das muss man ja sagen, in Niederkast-Junkie ist es ja wirklich so, ich möchte sagen, ein Dorf wird geteilt, meinungstechnisch. Ja. Denn es soll ein Hotel gebaut werden und die einen finden das ziemlich geil und gut, zum Beispiel der Flötzinger, weil der Witt hat jetzt schon seinen ganz, ganz großen Deal. Money, money, money. Must be funny. Genau. Sanitär, Dieter Flötzinger. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die darauf nicht so Bock haben, wie zum Beispiel Papa Eberhofer, wobei dessen große Protestmaschine, glaube ich, erst im nächsten Teil so richtig eröffnet. Ja, aber eigentlich der, was in dem Film am meisten protestierte, gegen den Leopold. Auch interessant, wenn man bedenkt, dass der in den nächsten Teilen auch so neu baut. Es ist halt diese Streitfrage, weil das Hotel für einen Zimmerl und für einen Flötzinger ist das natürlich top, aber halt, wenn du halt dann so einen Kontrollpasten da hast, das ist halt nicht mehr dein Dorf. Ja, und wenn man beim Flötzinger war, der halt geil drauf ist, weil wegen Geld und so, aber der Flötzinger glaubt halt auch, dass eine Schachtel Pralinen der Mosshammerin, die Mosshammerin so bringen, bei ihm dann den Sanitär oder den Sanierungsauftrag für das Haus zu geben. Das heißt, vielleicht lebt er da auch ein bisschen anderen Welt, der Flötzinger. 6,80 Euro müssen gut investiert sein. Genau. Ich muss ja sagen, als der Flötzinger da mit dieser Pralinen-Schachtel ankam, dachte ich mir bei der Erstsichtung noch so, bitte sag mir nicht, das ist was Romantisches. Ja, aber beim Flötzinger ist immer was Romantisches, egal was ihr macht. Aber ich finde, das wird schon sehr deutlich, dass er das nicht aufs Romantik gemacht hat, sondern weil er gehofft hat, einen Auftrag zu bekommen für das neue Haus von der Mosshammer. Ja, aber anbandeln wir trotzdem ein bisschen bei ihr. Nein, also das ist aus meiner Sicht nur einseitig. Ich glaube tatsächlich, dass der Flötzinger die Pralinen-Schachtel wirklich nur ihr geschenkt hat oder der gesamten Eberhofer-Sippschaft, muss man ja sagen, weil er halt hofft, da irgendwie sanitär ein paar Geschäfte abzuwickeln. Ich glaube nicht, dass er wirklich mit der Mosshammer anwandeln will, denn der Flötzinger, der mag durchaus auch robustere Frauen, das kann man nicht anders sagen, aber ich glaube, selbst für den ist die Mosshammer, ja, ich sag mal ein kölscher Begriff, zu öselig. Ich glaube wirklich, da steckt nichts Romantisches hinter. Ich habe das Gefühl, da steckt immer was Romantisches dahinter, auch wenn er mit dem Eberhofer redet. Ja. Gut, also diese Perspektive ist mir jetzt komplett neu. Ich hoffe, du hast zu viele Movie-Filme gesehen und zu viele Schwarz-Weiß-Filme. Du bist so ganz benebelt. Ich bin voll da. Ja. Ja, also dieser Hotelbau, wie gesagt, eher ins Zweite, so ein bisschen wie in der Kalten Kirchen, aber alles noch so im Rahmen, finde ich. Da hätte man noch durchaus mehr machen können, aber es ist so das erste Mal, für mich zumindest, dass ich das Gefühl hatte, okay, ja, da brodelt es ein bisschen unter der Oberfläche, aber, und das fand ich, ist eine sehr schöne Szene, derjenige, der ein bisschen was dagegen hat, ist ja der Wirt, der Wolfi. Und der kommt sich da mit dem Simmer ja ziemlich in die Haare, aber das wird dann gleich wieder vergessen, weil es ist ja Fußball. Ja, natürlich, das ist doch. Ja, der Sport ist Fußball und wenn der FC Rot-Weiß in der Kalten Kirchen spielt, dann ist jeder der Feind, der nicht zum Verein können, dann alles in Freude. Was ich da übrigens jetzt gelesen habe, das fand ich sehr interessant, die spielen ja gegen Frontenhausen und das ist der Ort, in dem Eberhofer gedreht wird. Also dieser religionäre Kreisel ist eigentlich der Kreisel von Rottenhausen. Schön. Gut. Ihr da draußen wird jetzt wahrscheinlich sagen, wow, wusste ich noch nicht, ist das zu, vielen Dank. Dann sage ich nur, bitte, gern geschehen, dafür bin ich hier. Okay. Wir haben mit Buengo einen Nebenfigur, der schon ein paar Mal dabei war, aber immer sehr kleine Brötchen gebacken hat, jetzt aber hier vermutlich seinen bisher größten Auftritt hat. Kurzerklärung, Buengo ist ein afrikanischer Fußballspieler, der Fußballstar des FC in der Kalten Kirchen. FC Rot-Weiß in der Kalten Kirchen, bitte. I don't give a fuck. Und der ist halt unter Mordverdacht, weil er eben eine Affäre mit dieser Saskia aus München hatte. Und auch noch bei der Mosamerin aufgewohnt hat. Genau. Die haben beide sich die Wohnung geteilt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die hätte da mehr eine Fremdenzimmer gehabt. Ja, irgendwie sowas. Ich fand es ganz nett, die Szene, was heißt ganz nett, nee, nett ist falsch ausgedrückt, aber Buengo wird ja dann, es gibt einen Haftbefehl und der Eberhofer muss ihn dann leider vollstrecken und macht das auch nicht gerne. Und es gibt diese Szene, in die ich wirklich, da rutscht mir so ein bisschen das Herz in die Hose, wenn Buengo inhaftiert wird und er kann relativ gut Deutsch, aber ein paar Sachen versteht er halt einfach nicht und dann wirklich kurz glaubt, dass er da jetzt gleich in die Wand gestellt wird oder aufgehangen wird. Ja, er lässt den Kopf nicht hängen oder so, ja, ja. Aber davor, die Szene, ist wie so typisch Eberhofer, wie er den, also er wird halt irgendwie vom Mordertschek weg, der Mordertschek, den Paul, das ist eine Solange in der Hand, weil, auch noch gar nicht erwähnt haben, die Susi hat ihn Paul beim Eberhofer für eine Woche abgeben, weil sie lernen muss und der Eberhofer passt auf den Paul auf oder soll dem Paul aufpassen und dann weckt der Mordertschek ihn eben auf dem Prinzip auf und ist so, ja, hier, auf Befehl und der muss den festnehmen und der Eberhofer so, kein Bock, aber gut, dieser doch irgendwie Dienst und dann fährt er mit seinem Auto, nicht, dass er vor dem Fußballplatz stehen bleibt, aussteigt und reingeht, nein, er fährt mit dem Auto auf dem Rasen des Fußballplatzes, bleibt mitten im Fußballplatz stehen und dann kommt der Trainer daher und ist so, ja, Alter, was ist los, warum fährst du da mit dem Auto rein, ich bin dir schief geraten und er so, hier hol bitte Wengöhr, aber das kräht und der Trainer schreit einfach über das halbe Fußballplatz, Wengöhr, Wengöhr, Bär, also mit dem Auto, ja, kann ich nicht so viel gehen, mit dem Auto bis auf die Mittellinie fahren. Ja, hier noch erwähnt, dass der Fußballtrainer gespielt wird von einem gewissen Klaus Augenthaler, der wohl wirklich mal Fußballtrainer war in der Bundesliga, mehr weiß ich darüber nicht. ich sage lieber nicht, der Zor, der Fußball Liebhaber wird dich sonst treffen. Ich fand diese ganze Wengöhr-Geschichte echt ganz, ganz nett, vor allem, es gibt hier noch diese, die Nachbarn der Mooshammer, das sind ja so Proleten, Pol-Assi-Nazi-Schweine, genau, Arschlöcher auch genannt und die, ja, die macht der Eberhofer auch ganz gerne immer mal wieder rund, gerne auch mit der Polizei oder Dienstwaffe. Trotz allem, ich hatte immer das Gefühl, dass es dann, dass es hätte mehr passieren können. Ich habe ja schon gesagt, dass ich im Kriminalfall echt nicht so toll fände oder eher schwach und gerade die Suche nach Buengo war dann auch nur wieder so eine typische, so eine komödiantische Episode, die halt damit endet, dass er den Buengo bei seinem Kollegen findet, im Baumhaus und da hockt er dann und raucht irgendwie Shisha oder so. Ja, der Buengo ist. Und das ist halt in der Hinsicht ein bisschen schade, weil er ihm ja dann schon ganz klar sagt, dem Franz, dass er halt echt Angst hat und das glaube ich ihm auch, weil er halt eben es nicht verstanden hat, was ihm überhaupt zur Last gelegt wird, weil für ihn ist ja klar, er ist unschuldig und das wissen es ja auch, der ist unschuldig. Aber irgendwie, finde ich, lässt der Film da ein bisschen Potenzial liegen. Ich habe nichts gegen eine gute Komödie, aber das war so ein paar dramaturgische Sachen drin, wo ich dachte, die hätte man echt gut ausbauen können, ohne den Film jetzt, sage ich mal, zu ernst zu machen oder zu hart, aber es tun sie nicht. Das fand ich schade. Es ist mir aber auch, dass ich das dritte oder vierte Mal, dass ich Lebercast Junkie gucke und das ist mir jetzt erst aufgefallen. Also glaube ich, dass ich bei den ersten drei Malen echt eine Menge Spaß habe. Ja, wie wir schon gesagt haben, der Kriminalfall ist halt nicht so wichtig oder einfach nicht so ausgespielt im Film. Es geht jetzt sehr viel um die Figuren und der Poeng ist halt auch, ich sage es so, beides Teil von Kriminalfall, aber irgendwann wird es dann halt, sage ich mal, unwichtig, man weiß, dass er unschuldig ist und dann wird das auch irgendwie fallen lassen, weil der Film geht auch nur eineinhalb Stunden und es ist doch sehr viel drinnen. Das heißt, ja, irgendwann ist es dann halt egal, nicht nur wenn es ein Poeng, was mit vielen anderen Figuren passiert, da passiert einfach etwas im Hintergrund und dann kommt man das mit oder auch nicht. Ja, ich glaube, das ist halt durchaus irgendwie so ein bisschen so eine Schwäche von den Filmen, dass wir denen auch irgendwie vorführen, gut, die haben zwar immer so Andeutungen von so sozialkritischen Themen, wir hatten ja schon, ich glaube, im ersten oder zweiten Teil war das ja mit dem, mit der Frau, die da immer verprügelt worden ist und so weiter, jetzt das Thema, dass so dann der Poeng oder Angst hat, weil er nicht versteht, was da los ist und so weiter, es sind immer so Anklänge da, aber es läuft dann, wie du sagst, immer so ein bisschen ins Nichts, aber ich glaube, ja, also die Macher oder die Drehbuchschreiber, die wollen halt, glaube ich, mehr so dann den Unterhaltungsfaktor vor raufgestellt haben und halt nicht so die sozialkritischen Sachen, obwohl, klar, also manche Themen hätten sie ja ein bisschen trotzdem ein bisschen besser ausformulieren können. Was mich zum Beispiel wirklich gestört hat, wirklich gestört und das ist jetzt wirklich Nitpicking, aber die Nazis, die sorgen ja dafür, dass Poengo, der ja für das Fußballspiel halt Freigang bekommt, also was heißt Freigang, also da wird auch ein bisschen getrickst und sorgen halt mit ihren komischen Parolen dafür, dass der Junge nicht gut spielen kann und dann sagt der Franzu halt, okay, wir machen jetzt halt eben mal Halbzeit und dann redet er mit den Nazis beziehungsweise er zeigt ihnen mal kurz so, ich bin der Polizist, das ist meine Dienstwaffe, was habt ihr? Und dann bringt er sie dazu, was heißt bringt sie dazu, er zwingt sie dazu, sich bei dem Poengo zu entschuldigen und dann kommt aber raus, der Poengo ist abgehauen während der Halbepause und das finde ich ist irgendwie schade, weil er ja quasi da mit diesen Nazi-Idioten quasi sagt, ja ihr habt recht, guck mal, der ist abgehauen, der ist wahrscheinlich schuldig. Das fand ich, das fand ich unschön ungelenkt. Ja, das finde ich auch, da hat man auch gedacht, oh, das muss nicht sein, also, der hat eh so viel mit so viel zu kämpfen im Prinzip und jetzt denen auch noch die Bestätigung zu geben, ja okay, sie ist ja so ein Verbrecher, das ist nicht smart. Ja, aber du siehst ja dann auch da im Nachgang nicht auch nochmal irgendwie so eine Aufklärung, also du weißt, es wird schon aufgeklärt, wer der Mörder ist, aber nicht so, dass du nochmal irgendwie so eine Szene siehst, dass halt, wo irgendwo jetzt wieder so als freier, unschuldiger Mann gilt, also auch diese Nazi-Truppe kommt dann nachher nicht nochmal vor. Also da muss ich auch sagen, da hätte man vielleicht am Schluss nicht den ersten Geburtstag von Paul zeigen können und wie sie da mit ihren Bobbycars dieses Wettrennen fahren mit 1,5 Promille maximal. Minimal, minimal. Minimal, minimal, pardon, minimal, minimal. Aber man hätte vielleicht was zeigen können, dass sie halt eben noch das Fußballspiel ja noch gewinnen oder dass sie irgendwie eine Meisterschaft gewinnen oder irgendwie sowas, weil es wirkte so unbefriedigend, dass diese Nazis quasi, also der Film sagt jetzt nicht so, es zeigt uns keine Szene, wo die Nazis dann so groß sagen, ja, wir haben recht, aber es fühlt sich halt so an und das ist wie gesagt unglücklich, sehr unglücklich, wie ich finde. Was auch sehr unglücklich ist, ist, wenn man sich mit ernsten Themen auseinandersetzt, wie Sexsucht, die gibt es tatsächlich wirklich, denn das Mordopfer war sexsüchtig, sie war ein Sexaholic und deswegen wird halt eben auch in diesen Sexaholic-Kreisen ermittelt und wenn ich sage ermittelt, heißt es, dass ein gewisser Franz Eberhofer wie ein Elefanten-Porzellan-Lahn einfach in so ein, ja, Treffen der anonymen Sexaholics rein stolpert. Man muss dazu sagen, dass das alles sehr klischisiert ist und sehr kartunesk, das ist okay, stört mich nicht. Ich fand es im Gegenteil richtig geil und ja, ich habe jetzt geil gesagt, mit voller Absicht, wer derjenige ist, der der Leiter dieses Treffens ist, nämlich Christian Steifen, der Musiker, den wir so evergreens verdanken wie Sexualverkehr. Ach, das ist der? Okay, das muss ich mir nochmal anschauen, weil das wusste ich jetzt auch nicht. Danke für die Info. Noch geiler ist, ist, dass seine Figur die ganze Zeit seine rechte Hand in einem Handschuh hat. Echt? Ja, die rechte Hand hat er immer in so einem Handschuh, wo die Fingerspitzen frei sind. Was soll das heißen? Ja, frage ich mich jetzt auch. Und Teil dieser Sexaholics ist doch eine gewisse Mandy. Mandy haben wir im Vorfeld aber schon mal getroffen, denn Mandy ist eine Kellnerin, die Franz und Rudi bediente und die Rudi sehr deutlich, sehr schöne Augen gemacht hat. Und Rudi war auch nicht abgeneigt, was vielleicht auch da liegen könnte, weil Mandy einen Dürndl trägt und dieses Dürndl auch sehr gut zu füllen vermag, um es mal so auszudrücken. Also ich wollte nur kurz anmerken, ich habe gerade auf Wikipedia diesen Schauspieler gesucht und der hat auf all seinen Auftritten immer auf der rechten Hand so einen Handschuh an. Okay, ja, das ist dann vielleicht so, aber es ist trotzdem, als Leiter der Sexsüchtigen ist so ein Handschuh in der rechten Hand auch immer so ein bisschen, weißt du, das könnte noch ein bisschen mehr aussagen. Könnte man falsch verstehen, ja. Ja. Sorry, ich habe nicht unterbrochen, aber das wollte ich nur noch anmerken. Ich mache es kurz, ich wollte über Mandy reden. Ah ja. Die Sexsüchtige Mandy, gespielt von der Tochter des Sängers Luis Mandoki. Ältere werden ihn kennen und mit älter meine ich sogar noch älter als Theresia und ich. Das geht. Ja, das geht. Wir suchen übrigens für die nächste Ausgabe von Oma Wirtlich-Geschubst eine neue Mitstreiterin, die nicht so frech ist wie Katharina. Kathis Mutter, bei Interesse melden sie sich. Österreicherin, mein Gott, schwieriges Wort. Himmel, Herrgott. Ja, was sagt ihr zu Mandy, Theresia? Ich fand sie, was soll ich zu ihr sagen? Ja, mir fehlen die Worte. Ich fand es witzig, wie die da so wirklich sehr aggressiv da so ruhig geflirtet hat und ihm dann wirklich sehr deutlich da die Nummer mitgegeben hat und gesagt hat, hier rufen mich auf alle Fälle an. Ich fand es auch witzig, dass die nachher da mit drinnen ist in dieser Gruppe und es sind ja quasi die anonymen Sexsüchtigen und das Erste, was da Franzfurt ist, sagt erst mal Ah, hallo Mandy. Ja. Also was ich das Beste eigentlich an der Mende finde, ist, das erste Mal, wie man sie sieht, sitzen da Franz und der Rudi im Wirtshaus und essen halt und Franz bestellt sich und was und dann schaut der Rudi die Mandy an und ist schockverliebt in die Süd oder was, keine Ahnung und sagt das dem Franz so, weil er halt gut darstellen will ja, der Franz soll sich bestellen, was er will, er bezahlt, das geht auf dem Rudi und dann fängt der Franz an, die halbe Speisekarte vorzulesen und die Mende zuckt nicht mit den Augen und ich hab das alles auf und dann so, na das war so Kiebass. Wobei mir der Birkenberger auch ein bisschen leid tut, ganz ehrlich. Er hat ja doch wissen, bis das hinausläuft, oder? Der hat einfach halt immer kein Glück bei den Frauen, das ist halt leider so. Ja, das stimmt schon und als ich sie dann so sah halt in dieser Reihe von diesen Sexsüchtigen dachte ich auch so, ah, das ist jetzt echt schade, der arme Rudi, wobei der Rudi in dem Teil auch recht viel dafür tut, dass man ihn echt unsympathisch findet, muss man auch mal sagen. Also, er hat immer so seine Eigenheiten, aber ich glaube, ich hab ihn selten so unsympathisch gefunden wie in dem Film. Er hat halt so, er ist ein bisschen englisch, er ist ziemlich, also, ja, wie ich so sagen, er ist immer so eifersüchtig irgendwie immer auf allen und jeden und jetzt auch nur auf dem Paul-Werding des Kindes ein Jahr alt. Ja, er hat auf null Tag gefühlt, also da gibt's die Szene, wo der Franz, der Mutter von der Toten, halt die halt befragt und halt Informationen bekommen wird und der Rudi trampelt oder eine, fangt darüber an zu philosophieren, dass die Saskia lesbisch war und was weiß ich oder eine Liebhaberin hatte und packt irgendwelche Storys aus, die er irgendwo mal angeblich gehört haben, was weiß ich, und der Franz tut mir so zu sagen, ey, das ist die Mutter vielleicht ein bisschen mehr Tag gefühlt und wir können es ja auch fragen, aber der Rudi hört auch nicht auf ihn und am Schluss ist er dann angefressen am Franz, dass er ihn nicht davon abgehalten hat, so viel zu labern, wo ich mir auch so denke, da muss ich mich zum Franz der Seite stellen, er hat's probiert, du hast einfach über drüber gejabert, also da kann man nicht mehr helfen. Er hat's paar Mal versucht, ja, ihn zu stoppen und zu unterbrechen, ja. Das stimmt. Ja. Ja. Auch sehr schön ist die eine Szene im Kaufhaus, wo der Franz seinen Sohn verliert und der Rudi findet ihn dann und wie er ihn dann so hält, so am Bein hoch hält, das ist schon, das ist schon typisch Birkenberg. Also, ich hatte eine Schwäche für den Mann, aber in dem Teil fand ich, ist er mir ein bisschen zu sehr auf antisympathisch gemacht, wobei das natürlich dann auch am Ende mündet in dieser Szene, in der er halt vor der Wohnung der Täter dem Franz halt am Ende nochmal sagt, sodass er so dankbar ist, dass es ihn gibt, weil er ihn gerettet hat. Das ist aber schon sehr süß im Schluss. Ja, und vor allem, da gibt es dieses, ich liebe die Szene, die habe ich mir gestern ein paar Mal angeguckt, wenn er dann diesen Raphael Schäfer, also der Mithäter da, der dann sich umbringen wollte und es nicht geschafft hat, diesen schönen Satz so, du, du Suizidversager. Ich finde echt nicht die Szene, die ich am besten finde im Rudi-Film ist, wo er sich einen Taser in die Achsel steckt. Also, da macht er seine coolen Nitschung, wo er sich dreht den Taser in die Achsel und dann steckt die Achsel, wo du denkst, ja komm, also, dass da vorne der Elektrizität ist, das soll, dass du ein bisschen Synthese in der Hand hast. Ja, das stimmt schon. Also, der Rudi bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm. Nein, definitiv nicht. Mein Halt war trotzdem aber auch die Szene beim Gerichtsmediziner wie der Ruder Paul mit dabei, weil die fand ich auch süß. Ein Hoch auf Günther, sage ich dir nur. Immer ein Hoch auf Günther. Ja, der Gerichtsmediziner top. Ein Hoch aber auch auf Eberhofer Senior, dem wir hier von emotional gesehen von seinen besten und schlechtesten Seiten sehen. Nämlich zum einen, wenn er wirklich verliebt ist in diese Frau Grimm, gespielt von Anissa Dobra und ich ihm wirklich glaube, dass er schockverliebt ist in diese Frau. Dann gibt es aber halt später auch die Szene, weil es halt ihm dann zum, ich nenne es mal, Eklam mit seinem Sohn kommt und der Eberhofer Senior ihm dann halt klar macht, pass auf, wegen dir ist deine Mutter bei der Geburt gestorben. Was auch nicht sehr, das fand ich sehr hart. Was, 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 was echt ein absoluter Arschloch-Move ist, also wirklich, ähm, das ist wirklich, das, ich hab's vergessen, dass es in dem Teil ist und das ist, es kommt auch so, also, die kabbeln sich ja oft, ne, aber das ist halt so eine Grenze, die er halt überschritten hat und wir haben ja schon mit Grießnocker drüber geredet, dass der Eberhofer Senior jetzt auch nicht gerade der große, ja, wie soll ich sagen, wenn's um liebgemeinte Emotionen geht, oder ja eher ein bisschen Verhalten, da reicht halt auch schon so ein Pass schon, da ist es, glaub ich, schon echt ein großer Schritt von ihm, dass er seinem Sohn sich, sich entschuldigt, zwar nur am Telefon, aber ich glaube, es ist eine sehr wahrhaftige Entschuldigung und das spielt der, ähm, Eisi Gulb auch wirklich ganz toll. Für mich ist es, glaub ich, neben dem Pass schon die schönste Eberhofer Senior Szene, die es in der ganzen Freundschaft gibt. Ich find, ja, die ist schon sehr, sehr aussaherkräftig auch, dass es ihm wirklich leidtut, dass er gesagt hat, dass bei den allen, wenn sie sich aufregen, die Emotionen mal hochkochen, ne, und dann auch vielleicht dann gesagt werden, die sie nicht zu meinen und ihnen auch leidtun, aber dass er zumindest die Größe hat sich dann so entschuldigen. Ich find, die Szene war von allen dreien gut gespielt, vom Franz dann halt und auch von der Oma, die wurde dann als erstes gekommen ist, um halt ihn zu trösten und ihm zu erklären, du, das ist nicht deine Schuld, du kannst da nichts dafür und er halt eben so typisch Papa, wie du gesagt hast, er kann halt seine netten Gefühle nicht so persönlich sagen, sondern dann ist es halt der Telefonanruf. Aber das ist, glaube ich, schon viel wert und wir haben die Figur jetzt schon, wir kennen sie schon ein bisschen länger und wir wissen, wie er ist und ich glaube, also er sagt ja wirklich viel schon im Gegensatz. Ich meine, im letzten Teil hat er seinen leiblichen Vater kennengelernt und das Einzige, was er gesagt hat, bevor er quasi stirbt, ist, passt schon. Also das ist schon wichtig wert und der Eberhofer Senior hatte auch eine ganz kleine Grenze übertreten, also ganz, ganz klar. definitiv und also wenn er sich dann nie entschuldigt hätte, dann wäre auch irgendwas in dem ganzen Eberhofer und er wäre also ein bisschen falsch gelaufen. Ja, und ganz ehrlich, man muss auch mal so sehen, der Eberhofer Senior, der hat es halt auch nicht einfach. Ich meine, da hat er im dritten Teil den Freund fürs Leben gefunden und der meldet sich jetzt plötzlich nicht mehr. Also, er und der World Check, das ist ja eh das. Also, ich hätte wirklich das, was ich schade finde, was wir vorher gesagt haben, die Freundschaft hätte ich gern mehr, oder Freundschaft in Anführungszeichen, hätte ich gern mehr gesehen, weil ich glaube, da wären sehr, sehr gute und sehr lustige und absurde Situationen entstanden daraus. definitiv. Ja, vor allem, weil der Moracek in dem Teil auch wieder so dieses, also in diesem Teil ist es halt Moracek, wie er Leib und lebt. Er ist einfach nur dafür da, am Telefon meistens zu stehen oder plötzlich bei Eberhofer aufzutauchen, um zu sagen, mach das. Ja, ja, was halt so ein Chef macht. Warte mal, steht bei dir der Chef Andi auch plötzlich im Schlafzimmer und sagt, du musst irgendwas machen? Ja, bis zu dem Podcast kommen? Hm, wen haben wir noch? Wir haben noch, ah ja, wir haben noch den Simmer und Wolfi und Flötzinger, Flötzinger haben wir quasi gerade schon so ein bisschen drüber geredet, die, ja, auch bei denen ist alles so ein bisschen Standard, finde ich in dem Teil. Also es gab jetzt da so kleinere, nette Szenen, aber nichts, was an einen kaputt gefahrenen BMW herangeht. Ich fand halt, das war am Anfang so komisch, weil da wollte irgendwie in der ersten Sinne der Franz irgendwie Party machen und hier wieder so Jacket Tower irgendwie saufen und dann die anderen so, nee, wir gehen ins Bett, wir werden wachsen. Und dann, hält nicht langer. Und dann irgendwie nachher, oh, da ist Volksfest, gehen wir da hin, gehen wir auch der Bahn fahren. Und jetzt hält nicht lange an, weil im Endeffekt besorben sich doch alle irgendwann, aber ja, am Anfang habe ich das Gefühl so, ah, werden sie vielleicht doch erwachsen oder was passiert da, aber vielleicht auf einem schlechten Tag an miteinander gehabt. Ja, werden sie doch erwachsen und dann, ja, gehen sie halt aufs Fest und Volksfest und treffen dort die Susi mit ihren Freundinnen, die auch irgendwie gesagt hat, sie ist bei irgendeiner Fortbildung und deswegen muss ja der Eberhofer auf seinen Sohn aufpassen. Er ist der Vater, also das ist dein Job. Ja, der arme Sohn, drei Tage ohne seine Mutter. Das ist ein Wunder, dass der Junge im Rehra-Gut-Ronne-Vue so blöd ist. Oh. Aber es ist eine schöne Szene, wenn die, wenn die Männertruppe dann mit der Damentruppe dann zusammen feiert und die dann irgendwie dieses Kind die ganze Zeit vor sich her tragen. Also es ist eigentlich netter, wie das, was der Flürzinger mit seiner Elmigertruppe macht, einen der Vorgängerteile, wo die einfach irgendwo aufgehängt machen würden. Ja, aber da ist ja zumindest der Wolf liest doch dann in Pauli wie aus einem Buch oder so vor, wenn die anderen alles saufen, oder? Oder auf die Bierbänger stellen und irgendwie Texte grölen. Ja, also ich muss nur sagen, so verantwortungsbewusst ist das jetzt von beiden Teilen, dass die mit dem Kind drin so ein lautes und pharaons stickiges Bierzeitginger fand ich jetzt aus erzieherischer Sicht nicht sehr hilfreich. Das stimmt wohl, aber letztlich war es schon wichtig für die Beziehung von Susi und Franz, denn ich würde sagen, das war so mit der Initiator dafür, dass sie wieder so ein bisschen zusammenkommen. Also der Film endet da ja noch einigermaßen, ich sag mal offen, aber schon mehr so in die Richtung, ja, sie kommen wieder zusammen. Fehler und es passiert nie nieder. Ja, genau. Okay, okay. Es tut mir leid, ich vergaße euch mit zwei so unromantischen Bestien zusammenarbeite hier. Ja, wenn wir was können, dann ist es romantisch, du, das musst du von der Theresia wissen. Das Ding ist auf so vielen Ebenen, so falsch gerade. Wirklichkeit, das klingt echt sehr falsch. Okay, habt ihr noch irgendwas zu den Nebenfiguren? Weil ich habe hier nur noch die Mooshammerin stehen, die hatten wir im Prinzip schon und deswegen würde ich sagen, können wir jetzt zur Kulinarik kommen und vielleicht fangen wir kulinarisch einfach damit an, womit jeder gute Tag anfängt, nämlich mit einem guten Frühstück. Schmackofatz. Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich bin nicht so der Frühstücksmensch. Nein, ich schaue nichts. Also ich, gut, wunderbar. Theresia? Unterschiedlich, also wenn ich irgendwie unterwegs bin und im Hotel und da gibt es immer das Buffet, dann kann ich da durchaus schon mal zuschlagen, aber normalerweise gibt es für mich auch nur Kaffee. Gut. Wir wissen, wie das Leben funktioniert. Ja, dann könnt ihr euch da draußen vielleicht ungefähr vorstellen, wie widerlich eine der ersten Szenen in Leberkast-Junkie ist, wenn Franz Eberhofer von seiner Omi, wieder gespielt von Ernstie Fuchs, Frühstück bekommt und selbst Papa Eberhofer, der jetzt auch nicht gerade Mr. Gourmet und Mr. Knigge ist, ihm sagt, Junge, hör mal auf, das ist ja, du schlingst dir gar nicht mehr, das ist ja wie ein Scheunendrescher, weil Franz Eberhofer wirklich nicht isst, sondern schlingt. Und zwar, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, also ich habe, ich würde gerne mal so einen Vergleich haben. Ich würde gerne mal so eine Essensszene sehen aus Teil 1, 2 oder 3 und dann halt Leberkast-Junkie im Vergleich, weil ich habe schon das Gefühl, dass sie hier absichtlich den Food-Regler hochgedreht haben, weil es ist sehr unappetitlich. Ja, ich glaube auch, vor allem, wenn dieses ganze Gesundheitsthema und so auch dabei ist, ich glaube einfach, um es nochmal mehr zu zeigen und mehr den Fuchs draufzusetzen, fängt es auch so an, um, wie wir auch schon vorher gesagt haben, vielleicht auch die neuen Leute, die den ersten, zum ersten Mal sehen, einfach abzuholen und zu sagen, okay, so, und ist das noch was, in den vorigen Filmen nicht so gesehen haben, können wir uns vorstellen, dass das Frühstück bei denen wahrscheinlich jeden Tag so abläuft, also, ist das nicht so weit herkult. Gefühlt haben sie schon eine Schippe draufgelegt und es war halt wirklich alles dabei von Brot und Speck und Presssack und Ei und es war, also, ich mag ja auch gern zum Teil schon Frühstücken und Frühstücksei, aber das hat echt sehr, alles sehr unappetitlich gewirkt. Was ich mich halt gefragt habe, ist, scheiße, wenn ich den Cholesterinspiegel, wer denkt die haben Oma, wenn die jetzt jeden Tag kochen muss, mein, Frühstück, Mittag und Abendessen? Die Oma ist ja generell, also, wir haben ja schon established, dass ohne die Oma diese alle, alle Herren in diesem Haushalt nicht überlebensfähig sind, wie wir auch im letzten Teil gesehen haben, dass es nicht irgendwie, ähm, also, das ist ein Hoch an die Oma, weil ohne die wird eine Karriere für mich mehr, weil sie alle verhungert werden, wahrscheinlich. dich. Aber was ich ja Schöne finde, ist, dass sie es halt trotzdem so aus Liebe macht, ist dann, wenn sie halt gesagt wird, pass auf, der Franz, der muss halt gesünder essen, dann kocht sie für ihn ja auch gesund und ist ja auch wirklich dahinterher und versucht ihm das auch immer so einzureden, dass es halt lecker ist und da gibt es diesen schönen Satz so, wo sie einfach aufzählt, wie viele Ballaststoffe und Vitamine und Mineralien dieses Bokoli haben, wie Schakti oder wie er es heißt, hat und da kommt dieser Nebensatz, schade, dass es nicht schmiert. Schade aber auch wirklich sehr unabhängig auf diese grüne Pumpe, also da kann ich dann auch ein Papa bevorsteht, der dann sagt, jetzt müssen wir den Scheiß auch essen. Ja, man kann halt auch appetitlich gesund kochen, das funktioniert auch. Ich meine, nicht in der Welt vom Eberhof, das ist man schon bewusst, aber theoretisch geht das auch. Ja, also da ganz klar, Shoutout, man kann wirklich sehr gut vegan und vegetarisch essen. Leute, lasst euch da keinen Bären aufbinden. Es gibt wirklich sauleckere vegane und vegetarische Sachen. Das sage ich als Beispiel. Also noch mal schnell zur Erklärung, also es geht ja darum, dass der Eberhof war dann bei diesem Todesfall, bei dieser Brandleiche und ist da halt dann ohnmächtig geworden und halt der Doktor hat gesagt, ja, Eberhof, sie haben ganz schlechte Blutwerte, sie haben die Fitness von einem, was war es, 70-Jährigen und er soll sich jetzt gefälligst gesund ernähren und die Oma, die natürlich auf den Pum schaut, versucht es auch und natürlich wohl der Franz immer natürlich auf sich schauen und natürlich das gute Zeug essen und nicht jetzt hier irgendwie Brokkoli und Selleriestange. Ich weiß gar nicht, wer sich hat, ich liebe Brokkoli. Ich finde Brokkoli richtig geil. Ja, du bist halt doch komisch. Das stimmt wohl. Ansonsten muss ich sagen, wir haben noch Pralinen, die auch nicht gerade dezent konsumiert werden. Warte so hin, ja. Wo ich mich auch frage, seit wann sind Pralinen so ein großes Ding? Vor allem, wenn es dann irgendwie die gefühlt 5,80 Euro Pralinen vom Aldi sind, wo, weiß auch nicht, aber irgendwie die Eberhofers scheinen darauf echt tierisch abzufahren. Dann haben wir halt Grillen mit normalen Nürnberger Würstchen, auch was Feines. Aber die große Essensszenen, es gibt zwei, einmal wo halt der Rudi um der Mandy zu beeindrucken im Wirtshaus mit dem Franz geht und dann sagt so, Franz, bestell was immer du willst und das tut er dann auch. Einfach alles. Alles, ja. Aber seien wir ehrlich, liebe Kinder. Die Szene, die zumindest für mich sich ewig festgesetzt hat in meinen Synapsen, ist die, wenn Franz Eberhofer nachts zu seinem Hausmetzgersimmer geht und sich da quasi selbst eine Scheibe Leberkäse abschneiden kann. Ja, genau. Man muss halt, Entschuldigung, man muss halt, ich muss halt sagen, der Eberhofer, also es ist nachtglaufende Zeit, der Simmel ist eigentlich schon längst im Bett und macht jetzt, weil er nett ist, halt da die Laden und man auch für die Leberkäse hat und das Einzige, was der Eberhofer sagt ist, geht die Scheibe ein bisschen größer. Jetzt erst sagt er, gibt es keinen warmen Leberkäse. Ja. Und dann sind wir so, ja, es ist drei in der Nacht, nein, gibt es nicht. Und dann so, ja, könnt ihr schon ein bisschen dicker machen und dann sind wir so, ja, schneid es so, ich habe mir tatsächlich, als ich den Film angeguckt habe, habe ich mir extra zwei Leberkäse mitgemacht. Schiffen. Wirklich, war beim Metzger, habe mir zwei Scheiben Leberkäse geholt, normal aufgeschnitten und muss auch sagen, ich habe ein Brötchen kalt gegessen und zwar warm, es war sehr köstlich, ich werde auch, je älter ich werde, ich werde ein Fan von süßem bayerhoferischen Senf und am nächsten Morgen habe ich dann das zweite essen wollen, kalt. Und ich muss sagen, Leberkäse kalt ist nicht mein Ding. Und wenn ich dann bedenke, dass die kalte Leberkäse-Sammel, die der Eberhofer sich da reinzimmert, der Leberkäse ist so dick aufgeholt wie meine Faust. Ja, das ist halt doppelt so dick wie die eigentliche. Ja, also du könntest ja drei Scheiben Leberkäse draus machen oder drei Leberkäse-Sammeln quasi, was der sich eh erinnert und das ist echt widerlich. Ich mag auch warmen Leberkäse sehr gerne, kalt, ja, stimmt, schmeckt aber geht nicht, aber selbst wenn der Wagen gewesen wäre, diese Größe, das ist echt ekelhaft. Aber ich finde es lustig, dass das die Essensszene, die euch im Dennis bleibt, was ich viel ekelhaft habe, ja gut, diese Leberkäse-Scheiben, okay, aber diese Masse an Hot Dogs, die der Eberhofer in diesem Toyser-Ass ist, das ist doch auch nicht, also das ist doch nicht normal, das war auch richtig ekelhaft, für den einen, also immer zwei auf einmal und einen nach dem anderen, das sind sicher 15 oder 20 Stück, die in der Eberkäse-Scheiben. Ich weiß nicht, wo dann Susi auch mit dem dann Humboldt nicht mehr hingeht, weil er war ja da schon ein guter Kunde und dann ist halt nicht mehr hingegangen und dann sagt halt der Ander irgendwie so, was, Hot Dogs-Killer geht noch ein Achter. Okay, okay, dann war es ein Achter, aber ja selbst sieben Hot Dogs sind halt ein Barsch. Das ist eher furchtbar. Also ich weiß nicht warum, aber ich fand die Szene jetzt irgendwie, also ich fand sie weder besonders lustig noch irgendwie ekelhaft. Ich fand sie, es war so ein Fühlmaterial. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also das mit der Leberkäse-Semmel, das war so das 9 plus Ultra und alles andere war halt so Beiwerk und das mit dem, vielleicht liegt es auch mal daran, weil für mich einfach Hot Dog und Eberhofer zusammenfassen. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht, aber mich hat die Szene nicht so gestört. Ja, man muss halt dazu sagen, in dem Film ist es, in dem Film ist es wirklich geschafft, dass immer wenn es um Essen geht, ist es eben keine angenehme Szene oder wo du dann sagst, ah, ich genieße es, ich habe jetzt auch Hunger. In dem Film ist es halt wirklich so getrimmt, dass du genau das Gegenteil empfindest von Appetitlichkeit. Aber ist ein Hot Dog mit Eier und dem Leberkassel und mit einem Würstchen? Du machst dich gerade Lächerlichkeit, das weißt du ja selbst, ne? Ja, kann schon sein, je nach Gesichtspunkt, aber ich verstehe, ich verstehe schon, was wir meinen mit dir Szenen oder ich verstehe, was du meinst, aber bei mir war es gar nicht so schlimm irgendwie. Also ich fand diese, alleine diese Vorstellung, wie du in dieses Brötchen beißt und du schaffst es gar nicht Brot und Käse zu erwischen, sondern du kriegst nur Leberkäs. Ich weiß nicht, aber dieses, also ich will nicht sagen, dass ich das ekelhaft finde, aber als die Szene kam, war mir klar, ich werde heute Abend nicht die zweite Leberkassel essen. Er hat es nicht getan, dass beide vor dieser Szene essen müssen. Ja, ich weiß. Ich bin ein Idiot, aber das weiß ich ja schon. Ja. Kommt zu mir, Tante, ich bin ein super Arbeitsklima hier. Ja, wir hassen uns alle. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt zum Thema Schmackofatz? Nein, ich glaube, das Essen im Gästehaus hat der Kleberkass. Ich glaube, wir haben alles, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu mir. Was? Der Preis noch wissen wollt? Und damit meine ich natürlich, was der Preuß auch wissen möchte und ich habe eine Kleinigkeit, wo ich glaube, ich weiß, was es bedeutet, aber das weiß ich nur, weil ich ja vor einiger Zeit in Bayern war und da habe ich das kennengelernt und deswegen tue ich es einfach mal so, als würde ich es nicht wissen und zwar gibt es gegen Ende ja die Szene, in der sich Birkenberger ihn nichts beim Eberhofer bedankt dafür, dass er sein Leben gerettet hat und dann sagt der Eberhofer eben, ja gut, gibst mir ein paar halbe Bier aus. Was sind halbe Bier? Ja, eine Flasche Hennes zum Beispiel, also nur, also ein halber Liter heute. Okay, also weil für mich als, als Westdeutschen, ja, als Rheinländer isst ein halbes Bier, machst eine Bierflasche auf und kippst die Hälfte halt ins Glas und trinkst das. Ich glaube, das ist ein halbes Bier. Eberhofer halbe Bierflaschen trinkt. Ja, vor allem in Kölk, Kölsch, wo so Kölsch 200 Milliliter hat, wo wir jetzt noch die Hälfte weg sind. Und war so klar, dass das jetzt kommt, das war so klar, dass das jetzt kommt. Ah, bitte. Also, in Bayern hast du auf den Volksfesten die Mast, das ist halt ein Liter Bier und eine halbe ist halt quasi 500 Milliliter, also die Hälfte. Und das ist halt so die Standard Bierflasche. Gut, ich will ehrlich sagen, ich wusste das schon, aber ich habe mir ein besseres gefunden, weil ansonsten hatten wir noch, glaube ich, den einen oder anderen biovarischen Kraftausdruck, aber das wird meistens eh alles das Gleiche sein, sowas wie Idiot, Vollidiot, Doofkopf oder sowas. Von daher dachte ich mir, ich versuche es mal mit einem halben Bier. Gut, hat nicht geklappt, Dankeschön. Wir helfen gerne weiter. Ich würde sagen, kommen wir zum, ja, ich versuche es weiter. Wir haben einen Ticken, wir haben einen Ticken, zum Fazit jetzt. Das Fazit. Ja, Fazitzeit. Machen wir es kurz. Wie fandet ihr den Lebercast-Junkie und wo tendiert er bei euch in der aktuellen Eberhofer-Statistik? Theresia? Oh Gott, in der aktuellen, das kann ich jetzt gar nicht auf die Schnelle sagen. Also ich finde ihn deutlich besser als Sauerkrautkoma, weil es trotzdem eher auf den hinteren Plätzen bei mir, ich hatte trotzdem wieder sehr viel Spaß mit dem Film. Er ist sehr unterhaltsam. Ich finde, ja, eben so die Beziehungen zwischen den Charakteren ist ja immer das, was für mich ja das Prägnante bei den Filmen ist. Und, ja, auch jetzt beim Rewatch war ich wieder sehr angetan von dem Film. Ich glaube, ich muss mich jetzt unbelebt machen, aber ich glaube, ich finde Sauerkrautkoma besser als Lebercast-Junkie. Ich möchte das auch nicht weiter elaborieren, ich muss das auch wieder stehen lassen. Nein, ich finde den Kriminalfall des Sauerkrautkoma, glaube ich, doch interessant, dass ich in Lebercast-Junkie finde, auch wenn ich die Side-Stories in Lebercast-Junkie ein bisschen interessanter finde. Es sind jetzt beinahe nicht meine Lieblingsdinge, aber ich glaube, jetzt auch beim Rewatch, dass ich mit Sauerkrautkoma auch beim zweiten Mal noch mehr Spaß hatte als mit Lebercast-Junkie. Das heißt, dass ich es nicht gut fand, aber jetzt so beim zweiten Mal schauen, glaube ich, dass mir Sauerkrautkoma doch ein bisschen besser gefallen hat. Also bei mir ist es so, dass Sauerkrautkoma auch immer mehr steigt, ohne dabei in Höhen aufzusteigen, wo jetzt so eine Grießknockerle-Affäre zum Beispiel ist. Gut. Lebercast-Junkie würde ich aber trotz allem so, wir haben jetzt sechs geguckt und ich würde sagen, die Top drei davon sind für mich halt Lebercast-Junkie, dann kommt Grießknockerle-Affäre und dann Schweinskopf-Aldente. Was mich selbst ein bisschen überrascht, weil ich wirklich den Schweinskopf-Aldente gar nicht mehr so, also als so gute Erinnerungen hatte, aber der ist halt vom Kriminalfall irgendwie der Beste und ich finde halt immer noch toll, dass er halt diesen Serienkiller hat. Ist es? Und deswegen, ja, also ich kann den Kritikpunkt schon verstehen und ich finde auch Lebercast-Junkie ist einer der Oberhofer-Filme, der von Sichtung zu Sichtung am meisten verliert, aber eine gute Zeit hat man trotzdem, glaube ich. Also da muss man sagen, ich glaube, dass wir keinem Film, den wir bis jetzt besprochen haben, sagen würden, dass der richtig schlecht ist. Ja, würde ich wirklich sagen. Also ich habe mit allen meinen Spaß, auch über den zweiten oder dritten Mal schauen und das heißt was, vor allem bei solchen Filmen und ich glaube, wir können auch, auch wenn wir manchmal Sachen nicht so gut finden, ich glaube, es ist auch sehr viel Jammer auf hohem Niveau teilweise. Und man muss auch dazu sagen, dass also zumindest Theresia und ich, glaube ich, jeden Teil außer den ganz neuen, glaube ich, schon minimal drei, vier Mal gesehen haben jetzt, oder? Ja, also definitiv. Da fallen einem auch ein paar Sachen echt auf. Von daher, ja, bleiben wir weiter Fan und werden uns beim nächsten Mal dem Kaiserschmarrn-Drama zuwenden. Und wenn es nur danach geht, nach welcher Titel ist am geilsten, weiß ich schon, dass der gewinnen wird, weil meine, meine Mitcasterinnen so Kaiserschmarrn, sorry, geil sind. Ich muss sagen, ich finde Google ein bisschen geiler als Kaiserschmarrn. Okay. Hm. Ja, das wird interessant. Aber zunächst beim nächsten Mal dann Kaiserschmarrn-Drama nächste Woche dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Denkt dran, Teleschampisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Könnt uns gerne via Kommentar bei Instagram und Facebook Fragen stellen oder sonstige Sachen zu uns sagen. Zum Beispiel, dass wir toll sind. Das hören wir am liebsten. Wenn ihr uns nicht so toll findet, dann müsst ihr auf jeden Fall schreiben, dass ihr uns trotzdem toll findet, denn das wurmt uns dann richtig. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Sage Tschüss, dann sagt die Katja Tschüss und der Theresa gebührt dieses Mal das letzte Wort. Tschüss. Das sagen, ich habe es richtig Bock auf Kaiserschmarrn. Aber in die Kürze und ciao bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf nächstes Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.